ARD Text im Auftrag von Funk Scheiße, ey! Fuck BVG! Wenn du den Arschlech noch mal brauchst, ist es Kinder da! Fahr halt einmal mit den Öffis! Mann, 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 ey! Kotz mich die Scheiße an! Na endlich! Ja! 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 Ich muss kaufen! Ja! 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 Ich lasse! Ne, du, ich hab keine Zeit! Ich will doch nur die Ware abholen! Es gab da ein Problem! Giovanni hat verkackt! Du kriegst die Ware selbst abholen! Siehste, er holt jetzt rum wie ein Weichei! Naßenblut! Aber warum beschäftige ich dich mit mir überhaupt? Ich meine, der kriegt doch gar nichts auf die Reihe! Warum schickst du dich die Schmausen? Ich täte immer rum und verdiene kein Geld für dich! Redest du mit mir? Fuck! Spar dir deine Fuße! Die brauchst du noch, wenn du die Ware holst! Kannst du Wann ins Taxi nehmen! Der Fetter grünste! Oh, Scheiße! Mann, ey! Scheiße! Hey, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Mama! Du bist doch nicht, Alter! Du blöde Drexter, du merkst doch wohl das Schwer, oder? Du kannst doch wohl nicht. Du kannst doch wohl nicht. Komm doch, was ist los mit dir? Komm doch, was ist los mit dir? Du kannst doch wohl nicht wahr sein. Du Arschloch! Du Arschloch! Scheiße! Ach du Scheiße! Scheiße, ey! Scheiße! Ja? Hallo? Tomte? Tomte? Digga, du musst dir unbedingt helfen. Ich hab ein riesen Problem. Du musst mich lotsen. Ordne mich mal schnell. Dürki? Äh... Ja, okay, warte mal bitte. So, kannst du mich hören? Knaller! Ordnen? Ja, klar. Moment. Okay. Ja, pass auf! Ich sag, ich hab dich nicht losgegangen. Okay, ich leg dich mal auf den großen Schirm, ne? So. Wat? Battery Spencer? Okay. Kriegen wir hin. Ich darf schon mal los. Ja. Da links. Genau. Und einfach durch da. Dann gehst du wieder nach links. Okay, jetzt rechts sagst du, ja? Alles klar. Ja, machen! Ja! Ja, nach links. Und nach rechts. Und dann gehst du gleich wieder nach links. Und dann nochmal nach links. Ja, immer, immer geradeaus. Und dann nach links. Und dann nochmal links. Ja, und nochmal links. Ich renne doch hier nur im Kreis. Ich renne doch nur im Kreis. Ich renne doch nur im Kreis. Wieso links? Ja, dann eben rechts. Rechts, okay. Alles klar. Ja, und wieder nach links. Wie? Rechts? Links? Oh, ist er ja. Du? 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 Hey, sorry. Tut mir leid, dass ich spät komme. Du denkst auch, ich habe nichts anderes zu tun, oder? Ja, was soll ich machen? Brutal hat es sich auf die Reihe gekriegt. Immer wieder das Gleiche, oder? Ja, tut mir leid. Hast du die Ware? Natürlich. Da ist die Ware. Okay. Thirsty. Sind wir nicht glücklich? Richtig glücklich glücklich? Jetzt sind wir glücklich mein Bro. Tomte, kannst du mal klatschen? Ey, Scheiße. Arsch. So hässlich bist du ja nicht als Frau, Tomte. Nee, leck mich. Malaik, hab Hunger! Hier, mein Junge. Ach, Muffins, du bist die Beste mit dir. Oh, mein Papa, Junge. Schmeckt's dir? Ja. Du bist so ein süßer Junge. Ja, die Muffins, Mama. Awww.